Im Apple Store gibt es ein neues Produkt, mit dem man seine AirPods im Flugzeug kabellos anschließen kann. Wir haben es für 70 Euro bestellt und obwohl man es nur im Apple Store kaufen kann, kommt es gar nicht von Apple. Zudem habe ich bei Amazon einen Bluetooth-Receiver von Ugreen gefunden, der unter 20 Euro kostet und theoretisch genau das gleiche kann. Beide Geräte kann man als Bluetooth-Sender oder als Bluetooth-Empfänger benutzen. Und es können bis zu zwei Bluetooth-Geräte verbunden werden. Um die Kopfhörer zu verbinden, muss man einfach die Knöpfe von beiden Geräten lange drücken und der Rest funktioniert von alleine. Mit dem Adapter aus dem Apple Store hat das sofort funktioniert und die Kopfhörer sind verbunden. Naja, aber mit dem günstigen Adapter von Ugreen hat das Ganze genauso gut funktioniert. Die Adapter funktionieren nicht nur mit Apple-Kopfhörern, sondern auch mit Kopfhörern von anderen Herstellern. Also kann man hier halt echt um die 50 Euro sparen.